Meine Aufgabe war in dem Projekt die Entwicklung der App und ich möchte jetzt ganz kurz vorstellen. Was war die Idee dahinter? Die Idee dahinter war, wie kann man Jugendliche dazu motivieren, dass sie Artefakte erfassen und das Ganze nicht über Moodle jetzt an sich, sondern über etwas, was sehr nahe an der Zielgruppe ist. Deswegen haben wir so eine App entwickelt. Ich habe es zum Herzeigen mit, in dem Fall ist es ein Galaxy Tab, ich zeige es aber jetzt trotzdem über die Standalone Variante her, weil ich glaube man sieht es einfach besser, sonst funktioniert es da genauso. Das ist die Standalone Variante, schaut eigentlich grafisch optisch ident mit der mobilen Variante. Das muss ich improvisieren. Und ich habe eigentlich, wenn ich einsteige, nachdem ich meine Zugangsdaten eingeben habe, die gespeichert werden auf dem Gerät, habe ich dann genau noch drei Punkte drinnen. Das alles ist Portfolio, das steige ich mir ein. Jetzt werden aus dem Backend die Kategorien geladen, die vorhanden sind. Das heißt, es gibt in dem Fall drei Beispielkategorien und eins ist der grüne Kontinent, das ist mein eigener Kontinent. Warum schaut das jetzt so aus und warum ist das jetzt so? Also unsere Idee war, dass man es eben sehr spielerisch macht und da etwas aufgreift und zwar eine Landschaft, also eine Landkarte aufgreift mit Kontinente. Dass man jetzt nicht sagt, okay es gibt jetzt die sozialen Kompetenzen als Listeneintrag oder als Tabellenansicht, sondern dass man sagt, wir machen Kontinente und durch das Uploaden oder durch das Vervollständigen von Beispielen entdecke ich quasi den Kontinent immer mehr und kriege dann dazu auch visuelles Feedback, wie das ausschaut. Also ich mache mir ein Beispiel. Ich gehe dort hinein, wo ich mich auskenne. Digitale Kompetenzen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Da bin ich jetzt quasi in einer weiteren Gliederungsebene drinnen. Da gibt es momentan informatische Grundbildung oder ich kann eine neue Kategorie erstellen. Gehen wir bei informatische Grundbildung hinein und kriege da mal verschiedene Beispiele, die drinnen sind. Also ich pick mir jetzt mal irgendjemandes raus. Ich nehme zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit und habe da jetzt eine Aufgabe drinnen, die heißt Touristenführer. Schauen wir mal, was das ist. Okay, also da geht es jetzt um. Meine Freundin kommt aus einem anderen Land und ich muss jetzt da eine Aufgabe erfüllen. Ich kann mir, dass ich mir den Text noch mehr durchlese. Gibt es die Möglichkeit, dass ich mal das Beispiel im Browser ansehe. Ich mache das auch kurz. Das ist dann hier rüben. Dann loggt er mich dort ein. Dann ruft er aus dem Internet das Beispiel ab und stößt dann da. Und es dann kommt. Ich mache zwei so parallel Aufgaben, ein bisschen warten bis dahinter kommt. Und ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, wenn ich das Beispiel habe, dass ich die Aufgabe löse. Und zwar in dem Fall, indem ich eine Datei uploade. Und eine Datei kann jetzt halt sein, ein Foto. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ich das irgendwie auf einen Zettel oder ich mache das in irgendwas und fotografiere das dann mit meinem Smartphone ab und lade es da auf. Oder wenn ich jetzt auf dem Rechner bin, kann ich eine Excel-Datei uploaden, was auch immer. Kommt darauf an, was die Aufgabe des Beispiels ist. Ich gehe jetzt mal auf die Datei und suchen wir da mal irgendein Bild raus. Dilemma. Dilemma, ja. Man sieht es so auch, oder? Es ist halbwegs sichtbar. Jetzt ist es da. Jetzt sieht man auch, ein bisschen am Beamer halt nicht ganz so gut, dass jetzt die eine Wabe oder das eine Hexagon fährt, das wo ich die Aufgabe darin erfüllt habe, eine andere Farbe gekriegt hat. Das ist einfach so, dass ich dahinter die Aufgaben oder die Items, die ich darin uploaden muss, erfülle, dann färbt sich das ein. Das heißt, schon langsam sehe ich, welchen Bereich von dem Kontinent habe ich schon erfüllt und welchen noch nicht. Ja, man konntert auch noch, wenn ich, geht es mir schon irgendwo anders rein. Was ich vorher vergessen habe zu sagen, man kann natürlich einfach einen Weblink eingeben. Das heißt, ich kann auch sagen, ich habe das erfüllt durch irgendein Ergebnis, das halt irgendwo in einem Internet dokumentiert ist, dann kopiere ich mir da einen Weblink ein, einen Link auf ein YouTube-Video oder was auch immer und dann würde die Aufgabe genauso als erfüllt gewertet sein. So, jetzt schauen wir kurz noch ins Backend, wie das da drinnen ausschaut. Das ist die Seitenhofe. Ah, super Bildschirmauflösung. Okay, ja, da schaut es besser aus. Und wenn ich jetzt da ins Portfolio einsteige, also ich bin natürlich jetzt eingeloggt und ich steige ins Portfolio ein. Ich habe nicht ganz schönes Internet. Ich glaube auch. Dann, was kommt aus, im Prinzip würde ich jetzt sehen, dass dort drinnen jetzt das eine Item ist, das ich abgeladet habe, das Bild ist drinnen. Ich habe die Kompetenzen erworben, die zu dem Beispiel dazugehören. Und ich kann dort noch etwas verändern. Das heißt, ich kann dort das Item ändern, ich kann es löschen. Ja, ich kann eigentlich machen, was ich will damit. Genau. Also jetzt bin ich eben so weit gekommen, dass ich das Item auswählen kann. Das ist eben der Touristenführer gewesen, weil das ist das, was ich geschafft habe. Und kann dann das Ganze teilen. Und kann dann da eben eine Moodle-interne Freigabe machen, öffentliche Freigabe machen. Also ich genere jetzt einfach eine öffentliche Freigabe. Wenn man ein normales Netto hat, ist das ein bisschen schneller. Genau. Und dann kriege ich einen Link, den konnte ich dann, ich mache einfach einmal auf, dass man sieht, wie er ausschaut, wenn er kommt. Und generiert dann eben genau die Ansicht, was Andreas vorgesprochen hat. Ja, und das Ganze konnte ich natürlich noch, das zeige ich es vielleicht nicht mehr her, ich sage es noch kurz dazu. Mit, im Prinzip, eigene Items machen, mit dem eigenen Kontinent. Da kann ich eigentlich ganz frei wählen, welche Kategorien immer da drin auswählen. Also wenn ich jetzt einmal einsteige, habe ich am Anfang, ist jetzt bei mir nichts drinnen, bei der Präsentationshoffläche. Und dann kann ich eben eigene Kategorien anlegen, eigene Unterkategorien anlegen und da drinnen dann Sachen zum Erfassen anfangen. Und hätte dann die Struktur dann genauso wieder im Moodle drinnen, wo dann im Moodle noch wieder etwas ändern kann. Und das wird dann immer synchronisiert. Also deswegen ist der Grund, warum sich das Kölber langsam rennt, das holt sich die Daten immer online und weil es halt immer synchronisiert ist. Also. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.